Und da sind wir wieder. Ja, endlich geht es weiter mit Kerbal Space Program. Na, das ist ja lange her. Und ja, unsere Space Station hier, unsere Tankstelle funktioniert ganz zauberhaft. Aber ich habe natürlich schon mal ein bisschen gefummelt und wir haben ein Problem. Nämlich, wenn wir hier mal auf Space Center gehen, die ganze Geschichte war natürlich jetzt ein bisschen teurer als gedacht. Denn, ihr seht, wir haben nur noch 213.000 Dollar. Und ich habe eben schon mal ein bisschen rumgefummelt. Und also das Sinnvollste, was wir jetzt machen können, vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich kann es nicht ändern, ist ein Satelliten hier um den Mond zu positionieren. Da kriegen wir immerhin 86.000 Dollar dafür. Alles andere ist ein bisschen teuer. Also machen wir das. So, das ist unser Auftrag. Und ich glaube, danach, wenn wir den da haben. Ah, so ein Tundra-Orbit könnten wir natürlich auch noch machen. Da kriegen wir sogar 170.000. Das ist natürlich noch cooler. Weil, der war eben noch gar nicht da. Dann machen wir den zuerst und danach den um den Mond und danach machen wir uns auf zur Mondlandung. Ja, das sind so die nächsten paar Folgen. Also beginnen wir mal. Wir haben ja hier so eine Lift-Rakete. Das hier ist übrigens der, den ich eben beim Versuchen für den Mond-Orbit schon gebaut hatte. Den können wir aber auch wunderbar jetzt funktionieren, äh, umfunktionieren zum, ähm, äh, hier für den Tundra-Orbit umkörben. Das heißt, wir haben hier, da, um genau zu sein, Apo-Hapses, Peri-Hapses, bla bla bla, seht ihr alles. Ähm, da müssen wir natürlich dann nur die Inklination und so korrekt hinkriegen. Auf 63,4 Grad. Das, äh, sollte machbar sein, denke ich mir. Und, ähm, New Unmanned Probe, Curling Model, bla bla bla. So, was sollen wir denn da drauf haben? Ein Thermometer. Ähm, haben wir. Dann Mystery Goo, haben wir. Materials Bay haben wir nicht. Und 10 Sekunden Stabilität garantieren. Okay, dann brauchen wir noch ein Materials Bay drauf. Und das hat sich übrigens, äh, durch ein Update alles ein bisschen geändert. Und leider funktioniert der Kerbel Engineer noch nicht. Insofern müssen wir erstmal damit arbeiten, was wir haben. Und, ähm, da gucken wir mal eben. Wo ist denn unser Materials Bay? Storage Container. Okay. Materials Bay. Da ist es. Ja, das, äh, sieht natürlich ganz zauberhaft aus da drauf. Nicht. Ähm. Aber das macht nichts, glaube ich. Materials Bay. Ja. Das wird ja wohl das gemeint sein, hä? Hoffe ich. Dann können wir wenigstens ein bisschen mehr von dem Zeug mitnehmen, indem wir den mal öffnen. Öffnen. Ah. Ist das jetzt das? Science Junior? Ich denke eher, das wird wohl... Äh. Structural. Payload. Da. Service. Achso, Service Bay. Hm. Also ich hoffe, dass das gemeint ist, hier. Als Materials Bay. Naja, wir werden es ja sehen. So, da klatsche ich die einfach oben drauf. Wir machen hier die Türen wieder zu. Und, äh, dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Nur natürlich unsere Booster hier. Die sind jetzt an einer etwas doofen Stelle. Hm. Ja, hilft nichts. Dann müssen wir dann noch noch mehr davon dran klatschen. Nämlich hier oben auch noch. Dort. Ich hoffe nur, dass man jetzt die Tür noch aufkriegt. Das geht. Sehr gut. Ja, äh. Ich denke mir, wir probieren das einfach mal. Ich glaube, ich habe an alles gedacht. Bin mir nicht ganz sicher. Aber wir probieren das. Safen das Ganze nochmal. Nennen das natürlich jetzt Kerbal Ähm Arctic Z Version 1. Dann safen wir uns das Ganze. Ähm Ja. Ich glaube. Antenne haben wir dran. Das haben wir dran. Es gibt übrigens auch neue Antennen und alles. Könnte ich dann mal hier oben ran klatschen. Aber nur eine. Wegen der Optik. Und der Sicherheit halber, weil ich immer gerne mal vergesse, die Photovoltaik-Anlage rauszuholen. Machen wir hier oben noch sicherheitshalber zwei Stück von dran. Dass wir auf jeden Fall wieder eine Möglichkeit haben, Elektrizität zu bekommen. So. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Das haben wir. Das haben wir. Haben wir alles. Also nochmal safen. Und auf geht die wilde Fahrt. Und das wird eine wirklich wilde Fahrt. Jetzt ist die Frage. Ähm Jetzt ist die Frage. Also das hier ist offensichtlich genau das, was wir machen sollen. Curling Model, Rockets and Paper Products. Ist das das? Äh. Note. Ja, ja. Ah, das haben wir alles. Sehr gut. Ähm. Ja, das ist definitiv das. Ähm. Perihapsis, Apohapsis, 103.000. Ja, das ist das. Okay. Dann machen wir uns mal den. Nein, nein. Den doch nicht. Toll. Jetzt können wir uns das noch nicht mal als. Als Ziel setzen. Naja, gut. Ähm. Ich würde sagen. Wir. Sind dort. Dann warten wir noch einen kleinen Moment. Und dann starten wir. Und setzen einfach mal. Tja, ein Ziel können wir uns nicht setzen. Dann müssen wir da halt per Hand hinfliegen. Wir, wie gesagt, warten noch einen kleinen Moment, bis wir ein bisschen näher dran sind. Das spart uns dann später hoffentlich so ein bisschen Arbeit. Nämlich so in etwa. Ja, und jetzt starten wir einfach mal auf 63 Grad. Ja. Auf geht's. Vollgas. Und, ähm. Geh gehen. Komm schon jetzt ein bisschen vom Kurs ab. Super. Ach, du. Das ist alles, äh. Etwas instabil. Aber geht. So, und ich werde jetzt hier direkt auf 63 Grad in etwa fliegen. Versuchen jedenfalls. Ah, 60 Grad ist ja schon mal nicht so schlecht. Ah, jetzt fängt sich die ganze Geschichte. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich die richtige Richtung ist, weil das habe ich immer noch nicht so ganz begriffen, wie das funktioniert. Ich hoffe noch viel mehr, dass uns die Kiste jetzt hier nicht gleich rumkippt und ich habe ernsthafte Probleme, die Nase oben zu halten. Dann muss man das jetzt als erst dazu schalten, so leid es mir tut. Das ist zwar ein bisschen doof, weil ich den Sprit eigentlich oben noch brauchen werde, aber, naja. Wir müssen ja irgendwie überhaupt erst mal nach oben kommen, sonst brauchen wir den Sprit nämlich oben auch nicht. Eieieiei. Das ist ein Kampf mit der Rakete. Äh. Aber das ist halt günstig gebaut, ne? Denn wir müssen Geld verdienen, wir sind jetzt nichts, sonst kommen wir nie zum Mond. So, jetzt kann ich es jetzt erst wieder abschalten. Und jetzt ist es ausgebrannt. Oh! What the fuck! Äh, gar nicht gut. Puh, da habe ich jetzt glatt ein bisschen gerade die Beschleunigung, sprich die G-Kräfte aus dem Blick verloren gehabt. Das war natürlich ein bisschen extrem bescheiden jetzt. Andererseits sind wir bei Kerbel und bei Kerbel kann man auch gerne mal ein Looping drehen beim Raketenstart. Ich muss ein bisschen weiter hier rüber. Und das Stabilitätssystem muss sich auch abschalten. Das hat mir so ein bisschen dazwischen gehauen. Oh, was ein Chaosstart. Ist ja zauberhaft. Aber egal. Oh, wenn das mal gut geht. SRS schalte ich mal wieder ein. Oh mein, ey. Es geht auch in die Geschichte ein, als einer der chaotischen Starts, die ich je hingelegt habe. Und ich kann chaotische Starts. So, jetzt sind wir wieder auf Kurs. Spahn-Mont-Propellant. Und dann schauen wir mal. Wir sind genau auf 63 Grad. Das gefällt mir gut. Na ja, gut. Mehr oder minder auf 63 Grad. So, dann schwenke ich mal ein bisschen mehr ein. Okay, das passt. Das hoffe ich jedenfalls, dass das passt. Das passt natürlich überhaupt nicht. Denn wir müssen weiter darüber. Das werde ich in meinem Lebtag nicht verstehen, warum wir jetzt hier auf 100 irgendwas Grad fliegen müssen. Sogar noch in die andere Richtung. Sprich, äh. Ja, hier irgendwo. Um da auf einen vernünftigen Kurs zu kommen. Verstehe ich nicht. Das müssen wir irgendwann mal einer erklären. So, wir sind offensichtlich im Weltraum angekommen. Das heißt, ich werde mal ein bisschen Sprit sparen. Nur ganz leicht im Schub. Erstmal bis zum Apohapses fliegen. Wobei wir den Perihapses natürlich gar nicht so hoch kriegen müssen. Aber... Tja... 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 Noch nicht so viel. Wir werden mal ein bisschen die Zeit zoomen. So, dann gebe ich wieder Schub, um überhaupt erstmal jetzt irgendwie ein Orbit hinzukriegen. Dann schauen wir mal weiter. Vielleicht wird unser Treibstoff wahrscheinlich schon alle sein, ist er auch gleich. Bedeutet, sobald wir hier rüberflippen und Perihub es angezeigt kriegen, werden wir... Ja, da ist es schon soweit. Das heißt, wir werden die Stufe abtrennen, mit der noch etwas weiter fliegen. Und... Ah, bisschen noch. Der soll ja auf 105.000. Jetzt sind wir erstmal im All. Das ist ja schon mal ein Anfang. Puh, so, was haben wir noch an Sprit übrig? Nicht mehr allzu viel. Dann schauen wir nochmal. Ähm... So, Apo Hapsis soll bei 5.622.000 und so ein paar zerquetschten Meter liegen. Der Perihub hat es bei... Ja... Also kurzum, wir müssen uns jetzt hier der ganze Geschichte ein bisschen annähern. Ähm... ... ... ... ... ... So sehen, dass der Scheitelpunkt oben exakt auf dem, oder mehr oder weniger exakt auf dem liegt. Oh, scheiße. Ich war doch noch gar nicht fertig, Mensch. Äh... ... 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 da brauchen wir drei Sekunden Brennzeit. Das werden wir erstmal machen. Wir haben mal ein bisschen Zeit. Wir haben ja keine Eile. Insofern werden wir jetzt zum nächsten Manöver warpen. Tja, und was soll ich sagen. Mit Kerbal Engineer ist alles ein bisschen einfacher. Ohne alles ein bisschen schwieriger. Aber... ...irgendwie kriegen wir den blöden Satelliten schon in den Orbit. Also in den korrekten Orbit. Im Orbit ist er ja schon. So. So. In 27 Sekunden ist es soweit. Das heißt, ich warpe noch mal ein ganz kleines Stück. ... Weiter nicht. Und dann brennen wir mal eben. Ah! Und jetzt habe ich total überbrannt. Aber... Naja. Das lasse ich mir mal gefallen. So. Und dann müssen wir noch... ...und in der anderen Richtung anpassen. Nämlich... ...die ganze Geschichte verschieben. Und wieso ist der Minmus anzetten hier? Ist doch totaler Blödsinn. So. Ähm. So. Ähm. Der Hälfte des Orbits in etwa. Ähm. Entschuldigung. Nein. Halt. Das war doch totaler Schwachsinn. So. Äh. Andere Richtung vielleicht. Nein. Moment. Das war doch sehr, sehr. Das war doch sehr. Das war alles. so vielleicht noch ein bisschen darüber so so das wert hofäl wo die platzierung recht so jener weg da bin so das sieht doch schon nicht so schlecht aus was man nur noch ein bisschen rüber kippen wie machen wir das so machen wir das ach du dickes Ei das war zu viel oh man oh man wie kann ich den scheiß Orbit denn jetzt da mal rüber kippen so jetzt nur noch bisschen mehr Schub und das ganze so kippen jetzt ist die scheiß schon wieder rüber gekippt ich werde bekloppt es ist nicht einfach ganz ehrlich freunde 27 sekunden brennen aber wir hätten dann moment mal vielleicht aber nur vielleicht kommen wir ja auch so schon hin eher nicht so hm also amperi habs ist von diesem da ist die descending note so möchte ich das dann 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 werden wir den rest schon irgendwie angepasst kriegen hoffe ich mal das machen wir erst mal 19 sekunden ok das heißt wir warten wieder zum nächsten manöver könnten übrigens zwischenzeitlich einfach weil wir es können sicherheitshalber ach so können wir jetzt nicht weil wir worten gerade sonst werden wir gleich schon mal die paneele ausfahren ups so die holen wir nämlich schon mal kurz raus denn dadurch dass hier oben ja quasi kein luftwiderstand ist obwohl die werden wasch naja durch die massenträger könnten sie noch abreißen ja einfahren kann ich sie nicht mehr das heißt wir sind jetzt draußen die bleiben jetzt draußen und wir sollten uns langsam mal wirklich jetzt in zielrichtung begeben die frage haben wir noch genug sprit für 19 sekunden ich hoffe so wir werden anfangen zu brennen dieses mal darf ich auf keinen fall überbrennen und ich habe natürlich überbrannt macht aber nichts naja macht nichts schlau gesagt wir gucken mal wie sieht es denn jetzt aus gar nicht mal so schlecht ehrlich gesagt okay das lassen wir mal so und jetzt müssen wir nur noch zusehen dass wir den apohapsis dorthin bekommen ansonsten passt das schon mal nicht so schlecht schauen ob er hier irgendwelche ne ok das heißt wir müssen wir müssen und dort zum beispiel etwas schneller brennen um den darüber zu bekommen allerdings jetzt habe ich schon wieder irgendwas gemacht was ich gar nicht wollte so der apohapsis sollte welche höhe haben 5.622.000 meter das sind 4.000.000 das ist viel zu viel 6.000.000 5.622.000 das dürfte ja wohl passen einzig doofer in der sache ist ja dass wir das irgendwie ok dann gucken wir mal wie der perihapsis liegt ich muss die ganze geschichte jetzt nur noch ein bisschen gedreht kriegen äh plus so den perihapsis auf ja ich habe so das gefühl dass wir das manöver nochmal löschen und jetzt einfach mal sagen dass wir genau pro grad ein bisschen brennen machen wir das ja mal per hand bis wir da ungefähr auf dem kurs sind so genau jetzt haben wir ach du scheiße ok das heißt wir werden dort wieder ein bisschen retrograd brennen sogar schon etwas früher und etwas weniger und so sollten wir doch einigermaßen den orbit dann gleich hinbekommen mich echt ein bisschen am konzentrieren leute ach scheiße das wollte ich gar nicht so dann hätten wir unseren apopsis bei 5.670.000 den perihapsis bei 103 ach ne äh moment mal eben ranzoomen ach wir hätten da gar kein perihapsis doch hätten wir natürlich 47.000 das geht natürlich nicht das heißt wir müssten dann hier oben am apopsis nochmal wieder ein manöver adden und den perihapsis etwas rausfahren auf das ist zu viel 125 105 sollte er haben ne wenn mich nicht alles täuscht ach es ist formellig einzustellen 113 jetzt bin ich wieder bei 91 es ist zum brechen so 103.000 das lassen wir so und dann schauen wir mal ob das vielleicht sogar dann schon reicht das heißt wir warpen zum nächsten manöver nämlich dem hier und das hier oben das lösche ich nochmal sicherheitshalber und er zeigt mir keine brennzeit an okay in dem fall mon propellant haben wir ja zum glück noch ein bisschen so ja autosafing du mich auch so das machen wir jetzt diese folge noch leute das gebe ich mir ich werde mal anfangen zu brennen so haben wir ja ein bisschen zeit 9,6 meter übrig auch die brennen wir noch schnell weg so 0,8 meter das sieht schon mal nicht so schlecht aus da liegen wir einigermaßen drin und jetzt noch mal die peri habs ist wie wichtig jetzt der apos ist bei 5 millionen ok und da werden wir ein bisschen mehr gas noch geben natürlich nicht so viel 140 ist auch noch zu viel ach fummelige einstellerei hier ey 60.000 141.000 141.000 139.000 131.000 27 107.000 das lassen wir erstmal so ja dann fliegen wir da mal wieder hin haben natürlich das RCS angelassen sehr gut gemacht uiuiuiuiui ja muss man schon sagen dieser Kerbel Engineer der ist schon echt hilfreich so so in 38 Sekunden ich rufe noch mal ein Stück denn da brauchen wir wirklich nur ganz kurz einen Schub geben glaube ich das war schon fast zu viel so jetzt haben wir kann man das Ding eigentlich irgendwie mal ausblenden hier diesen doofen anderen äh Orbit weil ich für meinen Teil finde wir haben das schon nicht so schlecht gemacht ah müssen vielleicht noch ein bisschen also was haben wir denn jetzt 5622 5649 ok und da sind wir noch ein bisschen zu groß das heißt wenn wir da nochmal ein Manöver adden äh 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 welcher ist denn das jetzt äh das ist echt doof das ist echt doof naja wir haben noch ein bisschen Sprit übrig können noch ein bisschen was machen und was genau wir da machen das äh sehen wir dann doch in der letzten äh in der nächsten Folge weil im Moment haben wir erstmal einen sicheren Orbit und äh ja läuft ne also äh bis nächste Folge ciao 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 äh äh äh